Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf der Karte Evo Thüringen. Wir werden weitermachen mit Holz, da einfach ein bisschen Schnee liegt. Es knirscht unter den Füßen. Wie gesagt, die Jahreszeit auf drei Tage umgestellt. Ich hoffe, dass ich heute oder morgen Tag alles schön schaffe. Okay, von der Aussaat. Schnee knirscht schön. Aber war ja nicht geplant, war ja überhaupt nicht geplant. Schnee kommt jetzt noch an. Früher, ich dachte ja viel mehr, das kommt später halt. Im Winter. Früher nochmal Schnee. Na ja gut, macht ja nichts. Hier werden wir mal Holz machen und fleißig mal die Zeit drücken. Die Temperatur steigt schon wieder auf plus fünf Grad Luft. Das heißt, der Schnee taubt weg. Das geschieht schlagartig. Sehen wir mal hier schöne große Bäume, da wir fleißig weiter abholzen. Und dann eine andere Ansicht machen. Wir werden mal hier oben alle Bäume wegnehmen, sobald es geht. Bei mir ist der Ton ein bisschen vergleisert worden. Aber das schlägt sich ja so nicht aus. Da habe ich so ein bisschen, hatte ich hier ein bisschen was Stellen. Und zwar mit Fahrzeug hier mal 10% mehr. Sobald ich speichern. Und der da. Da muss ich mir nochmal einfallen lassen, welche Tastature, welche Belegung ich mache auf meiner Konsole. Aber ich glaube, der Begriff zur Tastatur ist aber ein bisschen nach einer Gewöhnung. Da ist ja wieder ein Baum weg. Da ist ja wieder ein Baum weg. Dann geht das hier aus. so lange stämme das lohnt sich also gehen wir wieder zum acker hin und da müssen wir es wegschneiden ein bisschen durchwursteln ja ein bisschen kürzer macht aber nichts dafür bin ich dicker so tiefen möglich fahrts mal rührfahren und die hängen bleiben schauen wir morgen zur richtigen zeit wenn der schnee weg ist, ob wir noch aussehen können aber sieht richtig düster aus da wird schon mehr ja 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 Aber die Tonne wird passt. Aber der Regen hat aufgehört, ich kann lieber gerade fest. Es wird zart nach Regen aus, es müsste aber auch Schnee gewesen sein, aber wahrscheinlich wird eher so ein Mischi-Maschi gewesen, aber der Schnee war nicht zu erkennen, warum weiß ich nicht. Na ja, wir haben heute genug Schnee zu liegen, da kommt ein bisschen unsere Dürmergefahr ein bisschen groß. Wenn wir nach vorne fahren, wenn der Baum auf dem Acker liegt, das wäre nicht ungünstig. Mit einem weiteren Verlauf, in Höhe, ein bisschen die Arme nach vorne ausgeben. Na ja, da geht auch. So, nächsten Baum. Da hat er die Performance. Jetzt. Das passt. Also ich kann nicht erkennen, was schlechter ist. Oh, ein bisschen höher ist ja schon mal, ne? Hier werden wir leider was verkaufen, an unseren Waren auf dem Lager. Nach diesem Baum. Dort haben wir gleich das King LKW. Okay. So. Woher brauchen wir voll? Leer? Da bringen wir unseren Lager rein, da ist zu wenig, da fahren wir nicht los. Aber wir haben noch andere Waren, die wir verkaufen können, wo wir voll bekommen. Zumindest einmal. Weißt du nicht gerade, der ist da 100.000, da können wir einmal verkaufen. Wer hat ja hier den besten Preis? Land, Handel, Müller. So, der ist um die Ecke. Da fahren wir gleich hin. Da werden wir oben lang fahren. Nicht mehr am Plattenweg, sondern hier, wo eigentlich halt unser Feldweg ist. Mal sehen, wie wir gut über die Runden kommen. Ohne Winterreifen. Schneeketten haben wir auch keine. Das habe ich mir gedacht. Aber die Straßen sind ja frei. Da noch nichts. Season-Ready ist. Also ist ja noch nichts gemacht worden. Es funktioniert zwar, aber nicht komplett. Und so sind die Straßen automatisch frei. Das ist auch was Gutes. Sonst hätten wir ja ein Problem. Da werden wir nicht verkaufen. Wenn die Straßen zu räumen, jetzt, wo der Frühling da ist, Tag 1, wie ich dachte hier, dann haben wir noch 2 Tage Frühling. Das passt. Anfangs auf 9, habe ich gemerkt, naja, ist zu lang. Bei 6 habe ich gesagt, naja, ist auch zu lang. Wir werden auf 3 stehen lassen. Sollte ganz gut funktionieren. Und der Schnee ist weg. Wir haben auch nur 7 Grad. Da hält sich kein Schnee normalerweise. Können wir auch Holz verkaufen. Jetzt weit gefahren. Wir werden auch Geld brauchen für Endermaschinen. Ebenfalls haben wir ein Problem. Die Bohntemperatur passt noch lange nicht. Aber es sollte jetzt nicht mehr zügig vorangehen. Ich denke mal, das wird entsprechend hoch. Na, vorkommt immer wieder. Da fahren wir oben lang. Gerade auf die Werte geschaut. Warum so gut. Kein Grund davon. Wo soll der Schnee weg, ne? Ich mag da mal nix. Im Frühjahr muss auch der Schnee liegen, ne? Ich stelle mal wieder so ein Silo hin. Dann schauen wir mal nix. Dann schauen wir mal nix. Der muss eigentlich von dem Holz noch nicht sein. Schauen wir mal wo er ist. Gehen wir mal auf den Turbo. So. Da ist er ja. Da war ja unkontrolliert mit Schnee. Da war normalerweise ein Lkw für so eine Fläche nicht geeignet. Da hat der Traktor große Vorteile. Aber auf der Straße ist halt, äh, überwiegen die Vorteile auf der Straße. Ja, schön geschafft. So. Ja, das war nicht so Absicht gewesen. Mal fallen runter. So. Ups. Hat mir zurecht gewünscht. Ja, pass auf. Der nächste Holz voll ernt, da wird mal einer sein mit 11 Meter. Kriegen wir halt optimal raus. Der kann nur 8 Meter schaffen. Aber wie gesagt, das ist wieder zum nächsten Winter oder zur nächsten neuen Karte. Ja, das ist aber so, äh, wenn ich mir einen neuen Karte starte mit neuen Spielstern, dann ist es ja so, dass es ja, äh, wie das Frühlingsbeginn ist, ne? Ja, leider ist es nicht so. Oder ich müsste das so leicht vorspuren. Also im Prinzip simulieren, dass es so ist, wie es ist, ne? Aber ja, mal schauen. Oder wir müssen mit der alten Karte so lange spielen, ne? Fall nicht um. Dass, äh, sowieso Frühling wäre, ne? Aber da haben wir so weiter. Dann mache ich keine Operation von neuen Karte. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Bitte fall nicht um. Äh, Hintergrundmusik. Na, was machen wir hinterher in der nächsten Folge? Weil dann versagt die Lenkung wieder, da wollen wir auch nicht. Dann machen wir halt Musik. Mal eine Feuerwehr ohne Musik geht auch. Ja. Oh, ging ja vorher auch alles. So. Macht der. Ja, das war ein zweiter Spiel, da werden wir uns nicht riskieren, dass wir da nicht weiterkommen, beziehungsweise das dann nicht schaffen. Aktuell ist das so, dass wir das schaffen können. Entschuldigung. Entschuldigung. Und was ist denn los? Ja, schön, wenn das Sägewerk funktionieren würde, wäre nicht schlecht. Das wäre schon schön. Aber ist noch nicht so, ne? Oh, da gibt es Zaun, ne? Gut, ich habe noch kein LKW-Sohnland-Ton gehört. Da fahren wir gerade aus. Wie gesagt, mit neuen Pflanzungen muss ich mir noch überlegen. Ich befürchte ja, dass neue Karte dann ist, beim Baum ist nur blöd. Weil das kann sein, dass dann die Arbeit umsonst verhandelt ist. Lässt sich schlecht verrechnen, sei mal so. Geldmäßig. Und wieder auszugleichen. Dann bauen wir uns hier erst Wert vor, wenn da mal ein Sägewerk angekommen ist. Wenn jetzt hier unterwegs ein Feuer kommt oder so. Aber gut, Feuer kommt denke ich nicht vor. Aber ein Waldbrand wäre ja da alles im Arsch, ne? Aber kommt zum Glück nicht vor. Noch nicht. Aber ich denke, man wird nicht kommen. Ich glaube, der Aufwand wäre zu groß. Das hinzubekommen. Der rutscht nicht. Ich muss mal ein bisschen... Oh, das ist gerade noch so bei der Onik noch ein paar Bäume. Sagen wir mal leicht bewölkt. Sonnenkopf ist ein bisschen durch. Naja, sieben Grad. Schauen wir mal. Hauptsache wir fahren nicht um. So, ihr Freunde, das soll es für heute gefallen gewesen sein. Wir fahren noch kurz zum Sägewerk. Dann seid mal schüß und winke, winke. Hoffentlich sehen wir uns wieder. Wenn ihr wisst ja. Das ist das Hauptziel. Wiedersehen. Und da liegt er. Gut. Dann beenden wir mal die Folge. Soll ich mal schüß. Bis dann. Schau.